Und zwar machen wir Charity-Event am Freitag. Ihr seid natürlich gerne herzlich alle eingeladen, da zu sein. Wer nicht spenden kann, bitte nimmts nicht schlimm oder so. Ich weiß, bei der letzten Spendeaktion waren ganz viele super traurig, weil sie einfach nicht irgendwas dazu beitragen konnten aus finanziellen Gründen. Und ja, das ist natürlich ein bisschen traurig für euch gewesen. Das verstehe ich auch, aber bitte macht euch darüber keine Gedanken, weil einfach anwesend zu sein, ist auch Support, weil je mehr natürlich die Spendeaktionen sehen, desto besser. Auch klar. Also deswegen, bitte macht euch keine Sorgen. Hallo Chrysan, hallo Black Dragon, moin. Sonne kehrt zurück, jawohl, ich bin wieder da, hallo. Ich bin auch schon voll broken. Ja, deswegen, ich kann mir schon denken, deswegen macht euch keine Sorgen. Wir sammeln ja mit allen im Prinzip. Genau, also es sind ja insgesamt vier Streamer dabei plus Gäste. Das heißt also Cloud Nemesis wird dabei sein, ich bin dabei, Chromi natürlich und Valaveron ist dabei. Wir haben zu Gast, ziemlich krass tatsächlich, Bonchwa Maurice. Ja, Bonchwa Maurice, der Bonchwa. Und wir haben natürlich einen Gast von Maced, der nachher mit uns Kies spielen wird. Ja, auch mit Zornkönigin Kies spielen wird. Also ich würde euch empfehlen, anwesend zu sein, denn ich werde mich safe blamieren. Es wird mit Sicherheit witzig. Ich werde schnell nicht tot sein und mal gucken. Also ich weiß auch nicht. Also es sind ja Profis, ja, Profispieler. Wird lustig. Also wir ziehen 15er Kies. Es gibt auch eine Time-Dingens. Am Freitag ist das, ja, Schett? Also ich bin Freitag da, wie gesagt. So, wir sammeln, also es findet statt von 9 bis 17 Uhr. Am Freitag, diesen Freitag, diese Woche. Hallo, Deborah X, moin. Wir sammeln für Sozialfälle. Sozialfälle kennt ihr ja, glaube ich, ne? Das ist ja da, wo ich sowieso immer für sammle. Wir werden da aber dann auch noch ganz viel dazu sagen. Also wir werden beginnen mit dem Stream und dann erst mal die Spendensachen vorstellen. Also für was, wie, wo, wir, warum, weshalb, weswegen irgendwelche Spenden sammeln möchten und warum wir diese Sache unterstützen möchten. Das erklären wir euch dann am Freitag gerne ausführlich. Aber die meisten, die ja hier sind, sollte, also zumindest die Stammzuschauer, kennen ja Sozialfälle, weil ich ja seit, ich glaube, drei, zwei Jahren oder so durchgängig immer für Sozialfälle mich einsetze und ja auch sammle. Das ist auch ein eingetragener Verein etc. Zusätzlich sammeln wir für Bücher. Und zwar gibt es den Norman. Der Norman ist dein Therapeut auf Twitter sowie auch, also der heißt so dein Therapeut auf Twitter und auf Insta und auf einer anderen Plattform und so. Und der Norman hat ein Buch geschrieben. Wenn die Pause zur Hölle wird, heißt das Buch. Und ja, das ist halt Hilfe für Mobbing-Opfer. Und er gibt diese Bücher gratis raus für Kinder, die Opfer von Mobbing sind. Hallo Christian, moin. Genau, und dafür sammeln wir, weil diese Bücher müssen sich ja irgendwie auch finanzieren, dass er die kostenlos rausgeben kann. Also das ist die zweite Sammelaktion. Das sind quasi zwei Sachen. Wir werden das natürlich über Better Place machen, logisch. Und ja, genau. Also das andere erkläre ich euch dann. Timeline, Eventplan. Einen Moment. Ich glaube, das sieht man voll scheiße, weil ich jetzt so groß bin. Wartet mal kurz. Wir schieben das einmal rüber. So, dann machen wir das einmal. Hallo? Genau, dann machen wir das einmal so. So, jetzt könnt ihr das sehen. Den Eventplan, also was wann stattfindet, habe ich auch auf Twitter gepostet. Oder ihr nehmt halt einfach den Link. Ich kann euch den ja nochmal geben. Wartet kurz. Bitteschön, das ist der Link. Genau, so, Eventplan. Das ist so die Timeline, die jetzt aktuell so da passieren wird. Sprich, also am Anfang, wie gesagt, stellen wir euch die Projekte vor. Was da los ist, das machen Chromie und ich wahrscheinlich zusammen, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob die anderen da auch mit bei sind. Ich glaube schon. Danach werden wir direkt starten von 10 Uhr, 15 bis 13 Uhr mit M plus Viewer Keys. Also wir spielen 15er und ihr könnt das gewinnen mitzumachen. Ist natürlich, im Endeffekt könnt ihr sowieso mitmachen, aber es wäre natürlich ganz cool, wenn ihr den Leuten vielleicht im Vortritt lasst, die jetzt nicht unbedingt in der Lage sind, 15er zu spielen. Aber ihr dürft natürlich trotzdem auch gerne mitmachen. Aber es wäre natürlich schon nice, wenn dann jemand auch mit davon profitieren kann, der ansonsten halt einfach nicht die Möglichkeiten hat. Oder so. Aber trotzdem seid ihr selbstverständlich alle gern eingeladen. So. Dann, oh Gott, oh Gott, Königin ist schon völlig aus dem Häuschen. Ab 12 Uhr kommt dann ein Original-Message-Spieler dazu. Kein Witz. Original. Ganz echt. Und wird uns dabei unterstützen, ja, euch durch M plus zu ziehen. Es wird ein Drama wahrscheinlich, ne? Hier, ein Drama. Es wird ein Drama, weil ich bin ja dabei. Gucken wir mal. Wird bestimmt witzig. Also, ne? Wenn ihr was zu lachen haben wollt, ab 12 bis 1 ist das hier euer Stream. Oder aber natürlich der von Chromie, ganz klar, weil wir sind ja beide live. Ja, dann ab 13.15 bis 14.00 Uhr machen wir so einen Chromie-Partner-Talk, weil es gibt ja so ein paar Streamer, die mit der Seite chromie.de verpartnert sind. Für alle, die Chromie.de nicht kennen. Das ist eine World of Warcraft-Fanseite, wo man ganz viele Informationen bekommen kann über World of Warcraft. Genau. Und da werden ein paar Fragen gestellt. Ihr seid da herzlich willkommen, auch Fragen zu stellen. Ich bin gespannt, was da so auf mich zukommt. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Also, ich habe gar keine Ahnung, was Chromie so wissen will oder was ihr so wissen wollt. Also, natürlich an alle, ne? Nicht nur an mich, sondern auch an Valerberon, Cloud-Nemesis und so weiter. Alles kein Stress. So, und dann ab 14 Uhr haben wir Lore Walker Spezial. Da kommt dann am Ende Maurice von Bonschwa. Ja, Bonschwa. Tatsächlicherweise wirklich Bonschwa. Richtig nice. Das hat Chromie irgendwie angeleiert. Der hatte da Connections oder hat einfach gefragt, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hat er es geschafft, dass Bonschwa diese Lore Walker Special-Folge machen wird. Da geht es dann natürlich um W.O.W. Lore. Ist ja klar, ne? Wie lange das dann am Ende geht, werden wir sehen. Ist ja Open End. Schauen wir mal. Je länger am Ende, desto besser, denn die Sache ist ja für einen guten Zweck, also für euch, dass ihr V-Workies mitspielen könnt und für einen guten Zweck, damit wir eben für die beiden Dinge, die wir uns da überlegt hatten, ein bisschen was Geld zusammenbekommen und diese Organisationen und beziehungsweise Normen mit seinem Mobbing, Anti-Mobbing-Projekt irgendwie unterstützen können. Ja, genau. Also am Freitag geht's los. Ich freue mich sehr, wenn ihr alle kommt, wenn ihr Bock habt und Zeit habt. Bringt gerne Freunde mit. Vergesst nicht, auch bei Chromie einen Lörg reinzuschmeißen, um ihn auch oben zu halten mit den Zuschauerzahlen, aber wobei er sowieso, glaube ich, aktuell eh so ungefähr gleich so liegt wie ich. Aber trotzdem, das wäre schon mal cool, wenn ihr so beide Streams irgendwie aufmacht oder so, weil je mehr das sehen, desto besser natürlich. Genau. Ja. So sieht's aus. Und dann sehen wir uns da auf jeden Fall am Freitag.